Hallöchen und willkommen zurück zu Riddles of Fate Memento Mori, wo wir in der letzten Folge mehr über unseren Glückner von Notre Dame kennengelernt haben und ich gerade gar nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Hat jemand eine Idee? Ich gerade nicht. Das ist die Ausgangssperre. Da kommt irgendein Püppchen hin, so wie ich das mal mitbekommen habe. Fehlt Ok Ähm, ja. Ist sehr einfallsreich. Wie wir sehen. Ähm. Ja. Äh. Hä? Ich hab gedacht, die Kette wär kaputt. Gut, ähm. Ich habe das Monster eingeholt. Wo denn? Da liegt was, oder? Gelange durch das Tor. Was? Ich hab's ja echt nicht mehr alle. Hä? War die Maus gerade nicht irgendwie? Oh. Bitte, hilf mir. Lass mich allein. Nein. 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 Okay. Äh. Gelang in den Turm und sprich mit der Frau. Ich muss sie schnell, so schnell wie möglich retten. So. Emily Farrell heißt die Gude. Und. Ausgangssperre. Bitte bleiben Sie zu Hause. Das Monster terrorisiert die Stadt. Das erklärt, warum London wie verlassen aussieht. Oh, ne Spielkarte. Äh. Hm. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch irgendwie mal gucken. Müssen wir erstmal die ganzen Steine hier irgendwie wegkriegen. Äh. Was bezüglich das jetzt gewesen wäre. Ähm. Okay. Hä? Ach, ne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ne, 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 ne. Ich weiß worauf das hinausläuft. Ich geh. Ich geh wieder. Ne. Ein Spiel, das ich zu oft gespielt habe, aber leider nie durchgekriegt habe. Ja. Ich mag Solitaire, aber ich habe es bis jetzt wirklich kaum geschafft, mal durchzuspielen. Big Ben, was für ein legendäres Gebäude. Hm. Noch eine Spielkarte. Aber währenddessen. Äh. Was hat das jetzt mit der Uhr zu tun? Die Brücke würde ich nur zu gerne erkunden. Vielleicht, wenn all dies vorbei ist. Wenn all dies vorbei ist, dann geht's auf zum Nächsten. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ne, oder? Okay. Ich weiß schon mal, wo die Bubbe hinkommt. Das ist ja... Ne? Ne? Ne, nicht, nicht. Da oben, da oben fehlt was. Hallo? Da oben fehlt. Hm, okay. Dann eben nicht. Jetzt haben wir das Rad abgeschraubt. Das Ding ist immer noch schön in der Balance. Und, ja. Versperrt uns komischerweise den Weg, ob wir links oder rechts vorbei können. Ihr habt es echt nicht mehr alle. Das geht so nett. So, das ist das da drüben. Okay. Na gut, dann... Was habe ich jetzt hier? Das Püppchen. Das Püppchen war im letzten Bilde. So, mal gucken, was wir hier machen müssen. Ähm. Okay. Hä? Diese Frau erinnert mich an die, hinter der das Monster her war. Vielleicht bringt die Aufführung ein wenig Licht an die Sache. Der schönste Tag ihres Lebens würde eigentlich so aussehen, oder? Aber irgendwie passt der Schleier nicht ganz dazu. Hä? Was bringt mir das jetzt so viele Gegenstände da drauf zu? Aha. Anscheinend bereitet sich die Frau auf eine Hochzeit vor. Was passierte dann? Hm. Dann fehlt schon die nächste Figur. Das muss der zweite Teil der Geschichte sein. Die Braut steht vor dem Altar. Aber der Bräutigam ist weit weg. Okay. Okay. Jetzt haben wir eine Schere erhalten. Wofür brauche ich denn jetzt eine Schere? Also hier brauche ich irgendein Auge. Das steht schon mal fest. Ah, was könnte hier? Ja. Geht sogar. Oh. Aha. Okay. Ähm. Ein Silberknopf. Ich habe nur keine Ahnung, wo die Dinger jetzt nochmal... Ah. Okay. So. Schrank ist offen. Und das... Was soll ich denn hier jetzt suchen? Ähm. Ja, okay. Das ist jetzt ein Suchen nach Bild. Ich habe nur keine Ahnung, wofür ich das hier brauche. Bürger von London. Gebt acht. Monster. Ja, das wissen wir schon. Das Monster hat die ganze Stadt verwüstet. Oh, da füllen ein Stößel. Du bist doch... Hä? Ich hätte dich jetzt eigentlich in Stößel... Okay. Ah. Es geht ja auch nicht so. Ihr habt es nicht mehr alle. Ach, da ist noch so ein... Achtung, tobendes Monster. Ja, das ist auch eine gute Frage. Wo haben die sich alle versteckt? Wo haben sie sich alle hinverkrümelt? Und ich habe keinen Plan, was das letzte Bild hier sein soll. Ah, okay. Das bringt schon mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Ähm. Hä? Das soll kochen. Irgendwie. Ich habe nur keinen Plan, wie. Ich könnte... Noch eine Pille reinschmeißen. Wie viele gibt es hier denn? Äh, da war doch nichts. Da war doch kein Qual mehr drüber. Es ist, äh... Mysteriös. Ups. Ups. Das... Ah, Ingwer. Okay. Das könnte nützlich sein. Warte mal. Das Bild hatten wir doch schon mal irgendwo. Hochzeitsfoto. Genau, es passt. Und da ist unsere nächste... Unser nächster Pappkamerad. Was zum... Irgendetwas ist mit Emilies Ehemann passiert. Kurz bevor er bei ihr war. Ihr Ehemann überlebte, aber wurde in ein schreckliches Monster verwandelt. Das war die Geschichte? Das war jetzt echt die Geschichte? Was? Ich benötige zwei Radteile, um eine... Und eine Speiche, um es zu reparieren. Ja. Äh. Dann lass dir doch mal helfen, Alter. Apropos, die letzte Figur, die da war, die sah fast so aus wie der... Geist. Diese dunkle Gestalt, die wir da gesehen hatten, ne? Naja, stimmt, die Waage noch in gleich Gewicht bringen? Ähm... Das ist fettig. Das da hinten fehlt noch was. Äh, äh, ja, ne? Irgendwie fehlt mir hier ein zweites Radteil und ich hab keine Ahnung, wo ich das herkriegen soll. Ne, dafür muss ich das Rätsel doch wahrscheinlich lösen. Was mir gerade nicht viel bringt. Hm, warte mal, das sieht doch aus wie... ...klar. So, kann man jetzt wenigstens was machen. Das passt ja schon mal. Das geht nicht. Das hättest du auch vorher dran machen können. Ups. Ach Mist, das wollte ich doch jetzt gar nicht. So. Ist das Rad komplett. Und ohne Rad wären wir auch nicht vorbeigekommen. Ne, ne. So, dann gucken wir mal, was in der Turmspitze so vor sich geht. Ähm. Was ist denn hier geschehen? Das Monster hat sich in dem Ohrmechanismus verfangen. Ja, nur in Zeit, um Hilfe zu helfen. Ich bin Emily Farrell, eine der Wissenschaftler hier. Ich bin einer der wenigen, die in London entschieden haben, egal was passiert. Du bist ein Detektiv, richtig? Das Monster, das mich verabschiedet hat, folgte mir. Wir haben eine Medizin im Pharmacierab, die das Monster wieder in Menschen verändern sollte. Benjamin, diese Bottle sollte dir als auch helfen. Hör, ich habe nicht Zeit, um zu erklären. Wir müssen das so schnell wie möglich sätten. Dieses Kode wird dir Zugang zu dem Lab. Okay. Hilf Emily, Benjamin zu heilen. Emily weiß, wie man das Monster ausschalten kann. Ich muss einen Weg finden, die Medizin herzustellen. Ja, schade. Irgendwie vermute ich jetzt eigentlich, dass überall so eine Karte ist. Aber es sieht wohl nicht gerade danach aus. Schade. Schulter fangen an zu jucken. Ist nicht gut. Nee, nee. Was ist das? Oh. Das war das Monster. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich Benjamin Farrell haben. Ich habe gedacht, der... Was ist das? Eine weitere Seite, eine weitere Karte, noch eine weitere Karte. Ihr habt sie echt nicht mehr alle. Wo ihr die Karten versteckt hier? Wach ist Gleichgewicht, kennt keine Ausnahmen. Auch die Medizin kann jene nicht am Leben erhalten, deren Zeit gekommen ist. Seite 14. Dieser Fall hat meine ganze Lebenseinstellung verändert. Niemand kann seinem Schicksal entgehen. Hm. Hä? Warum soll die Süßigkeiten mögen? So süß wie Blut, oder was, hä? Ja, ja, ja. So, wir haben zwei weitere Karten gefunden. Und werden dann mal in der nächsten Folge, äh, zusehen, dass wir mal ins Labor gelangen. Und mal schauen, ob wir da eventuell das Gegenmittel für den Armen hier finden. Der Glaube danach nicht mehr allzu lange unter den Lebenden verweilt. So wie das mit der Geschichte da aussah. Äh, mal gucken, mal gucken, was da geschieht, was geschieht. Und will ich nochmal kurz in das Büchlein hier reinschauen? Ach, da haben wir jetzt eine langen Liste. Ist ja auch nicht übel. Ja, ist wirklich... Ich muss sagen, das ist wirklich schön gemacht hier. So, dann hoffe ich natürlich, dass euch das Let's Play bis jetzt gefallen hat. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen könntet. Was hat euch sehr gefallen? Was könnte ich eventuell noch ein bisschen besser machen? Dann, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Und dann wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Davilo und Tschüss. Tschüss.